Hallo Freunde, wir haben ja 27 Abonnenten, aber was würde eigentlich passieren, wenn wir 50 Abonnenten hätten? Ich will nichts einfaches wie einen Livestream machen. Ich will irgendetwas Besseres machen. Und zwar möchte ich eine Schleichserie starten. Zwar eine relativ aufwendige, so wie Silver Proud. Also wird 50 eine besondere Zahl sein. Gut, das war's dann. Bis dann und ciao, ciao.